Sie hören Die Welt der Orks von Michael Peikhofer, gelesen von Johannes Steck, ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Nurmorot vor mehr als 20.000 Zyklen. Die Bühne war bereitet. Lange hatte er darauf hingearbeitet und ein Dasein voller Lügen gefristet. Es war der Preis dafür gewesen, den Schein zu wahren, während er gleichzeitig an seinem wirklichen Ziel gearbeitet, an seinem wahren Plan geschmiedet hatte. Hier, an diesem entlegenen Ort, verborgen vor den Augen der Welt. Sollten Sie reden, die Schwätzer von Shakara und der Narr auf dem Königsthron. Keiner von ihnen, weder der ehrwürdige Rat der Zauberer noch der gute König Askanor hatte eine Ahnung davon, was wahre Macht bedeutete. Und selbst wenn, wären sie weder willens noch in der Lage gewesen, sie zu nutzen. Viel lieber zogen sie es vor, sich hinter leeren Regeln und überkommenen Gesetzen zu verstecken. Regeln, die er längst gebrochen hatte. Und Gesetze, die für ihn nicht mehr galten. Letztlich, das hatte er in einem langen und leidvollen Prozess erfahren, waren sie nichts als Ausreden. Laue Rechtfertigungen dafür, dass keiner mehr den Mut, die Entschlossenheit und das Wissen hatte, jene uralten Kräfte zu entfesseln, die den Chrysalona inne wohnten. Den magischen Kristallen, die sich im Besitz des Elfengeschlechts befanden. Auch wenn es bedeutete, die Natur selbst herauszufordern. Er, Quorai, hatte nie davor zurückgeschreckt. Schon als junger Novize im Orden hatte er sich für jene Bereiche der Magie interessiert, die verboten waren. Denn tief in seinem Inneren hatte vom ersten Tage an eine Frage gebrannt, auf die er nie eine Antwort bekommen hatte. Warum? Warum wurden den Zauberern von Shakara Beschränkungen auferlegt, ihr Wissen zu vervollkommenen? Warum bedienten sie sich nicht der ganzen Macht, die die Magie offenbarte? Warum begnügten sie sich damit, mit Kieseln zu spielen, wenn sie Berge versetzen konnten? Keine der Antworten, die die Ältesten ihm auf diese Fragen gegeben hatten, hatte ihn zufriedengestellt. Sie alle waren Kleingeister, mit einer selbst auferlegten Blindheit geschlagen, die sie davon abhielt zu sehen, was doch offensichtlich war, dass die Macht der Kristalle den Weg ebnete zu größerem Ansehen, zu größerem Einfluss, zufrieden und Wohlstand für das ganze Reich. Also hatte er irgendwann damit begonnen, auf eigener Faust die Kraft der Kristalle zu erforschen und sie sich dienstbar zu machen. Voller Argwohn hatte man ihm dabei zugesehen, hatte im Rat gegen ihn intrigiert, ihn als Außenseiter gebrannt Marktmarkt und ihn gemieden. Doch dann hatte das Schicksal seinen Lauf genommen. Als königlicher Berater war Quorai nach Dinaslan gegangen, in die Hauptstadt des Reiches, und hatte nicht nur das Vertrauen des Königs gewonnen, sondern auch dessen Herrschaft gerettet, indem er die Elfenkristalle dazu benutzte, den Serentir zu erschaffen, den Dreistern. Mithilfe des Dreisterns war es möglich, im Bruchteil eines Augenblicks von einer Metropole der Königslande in eine andere zu gelangen. Die größte Gefahr, die dem Reich gedroht hatte, dass es im Inneren auseinanderfiel, während Feinde die äußeren Grenzen bestürmten, war damit gebannt. Die Legionen konnten nun immer dort zur Stelle sein, wo sie gebraucht wurden, und dem Zorn der Trolle Einhalt gebieten. Auch wenn Quorai nicht aus Selbstlosigkeit gehandelt und von Anfang an den Plan verfolgt hatte, den Dreistern der Eins zu seinen eigenen Zwecken einzusetzen, hatte er es sich gerne gefallen lassen, dass er zu hohen Ehren aufgestiegen war. Seine Kritiker im Rat waren verstummt, und mancher, der ihn zuvor geschmäht hatte, suchte nun seine Nähe. Quorai war daran nicht interessiert, verachtete sie nach wie vor. Doch er nutzte die Gunst der Stunde, um seine Forschungen weiterzuführen, über dreißig lange Winter hinweg, auf einer entlegenen Festung in der unwirklichen Westmark, inmitten von totem Land und alles verschlingenden Sümpfen. Und diesmal beschäftigte er sich mit dem, was der Urgrund allen Seins in Erdwelt und an jedem anderen Ort des Kosmos ist, nämlich dem Geheimnis des Lebens selbst. Als bekannt wurde, was er dort tat, war das Entsetzen groß. Und sogar der König empörte sich gegen ihn. Quorais Argumente, dass es nicht nur die Trolle seien, die das Reich bedrohten, dass die Drachen noch nicht endgültig bezwungen seien, und dass auch die in Fell gehüllten Primitiven, die in den Ausläufern der Gebirge vegetierten und die man Güvara nannte, irgendwann zur Bedrohung werden könnten. Dass man deshalb eine neue Rasse brauche, eine Dynastie von Kriegern, die jedem Befehl bedingungslos folgen und jedweden Gegner gnadenlos bekämpfen würden. All das verhalte ungehört, ging unter in den Tiraden, die nun wieder von jenen kamen, die sich dem Fortschritt ohnehin stets verschlossen hatten. Nun hatten wieder die Furchtsamen das Sagen, die Bedenkenträger und Zauderer, und wie zuvor versteckten sie sich hinter ihren steinernen Regeln, und eisernen Gesetzen. Man ließ Quorai keine andere Wahl, als aus dem Orden auszutreten, zwang ihn, seinen Zaubernamen und sein Amt im Rat niederzulegen, erniedrigte ihn vor alle Augen und verbannte ihn aus Shakara. Doch niemand konnte ihn davon abhalten, sich einen neuen Namen zu wählen und sein Wissen an einem anderen Ort zur Anwendung zu bringen. Auf dem Erker stehend, der aus der Felswand des Berges ragte, ließ der dunkle Zauberer seinen Blick über das Grün des Dschungels schweifen, das sich scheinbar endlos erstreckte unter einem blutroten, unheilverheißenden Himmel. Der Wald von Arun, so hatte es einst geheißen, schützte Nurmoroth wie tausend Mauern. Wer es nicht wusste, der wäre niemals darauf gekommen, dass das Innere des Berges, der sich wie ein einsamer Wächter aus dem grünen Meer erhob, einst eine Drachenfestung gewesen war, die mächtigste im Süden. Quorai jedoch hatte davon erfahren. In verbotenen Aufzeichnungen hatte er darüber gelesen. Er hatte die Festung inmitten des Dschungels ausfindig gemacht und die alten Stollen, Horte und Kavernen, einst von Drachenfeuer in den Berg gebrannt, einer neuen Verwendung zugeführt. Fern von Shakara und den Augen der Welt hatte er hier seine Arbeit fortgesetzt, danach gestrebt, das Rätsel der Schöpfung zu entwirren und die Natur seinem Willen zu unterwerfen. Und nun, nach weiteren siebzig Wintern, die er allein und in völliger Abgeschiedenheit verbracht hatte, war ihm der Durchbruch gelungen. Die Zeit war reif, ein neues Volk ins Leben zu rufen, eine neue Art, die ihm allein dienen würde. Eine Rasse von Kriegern, unerschrocken, ausdauernd und tödlich und nur von dem einen Wunsch beseelt, seine Befehle auszuführen. Diese neue Brut würde wachsen und gedeihen, während sie die Welt mit Tod und Krieg überzog. Und vielleicht würde sie dir einst sogar eigene Reiche und Könige hervorbringen. In diesem Augenblick zu dieser Stunde schien alles möglich. Der Zauberer Quorai existierte nicht länger. Der Dunkelelf war an seine Stelle getreten und hatte der Welt Vergeltung geschworen. Der Tag würde kommen, da er ganz Erdwelt seinem Willen und seiner Macht unterworfen haben und auch die Hochmütigsten seine Gnade erfliehen würden. Und der neue Name, den er sich gewählt hatte, würde selbst noch in tausenden von Zyklen nicht vergessen sein. Mar'gok. Buch 1 Ur-Khruhl-Khruh-Khruh-Khruh-Khruh-Khruhls Keule Korobul-Tudok Schnausch Balbok sagte das Wort nicht einfach so, sondern zog es beim Aussprechen in die Länge. Unnötig, wie Ramar fand und seufzte noch dabei. Und das bedeutete selten etwas Gutes. »Ich habe nachgedacht, Ramah«, fügte Balbock hinzu, was die Befürchtungen seines Bruders noch verstärkte. Ramah tat so, als hätte er es gar nicht gehört. Aber wenn ihn die Zeit, die er nun schon an der Seite seines ranken, schlanken und unfassbar dämlichen Bruders lebte, eins gelehrt hatte, dann, dass dies überhaupt nichts nützte. Dummheit fand immer einen Weg, sich Gehör zu verschaffen, auf die eine oder andere Weise. »Möchtest du wissen, was ich mir überlegt habe?« Balbock wandte den Kopf und blickte fragend auf Ramah herab, und sein langes, ohnehin schon ziemlich einfältiges Gesicht verzerrte sich dabei zu einem Grinsen, so unschuldig, dämlich wie ein Ork und noch dazu ein blutsverwandter Rammers des schrecklich Rasenden, eigentlich gar nicht reinschauen konnte. Aber Balbock war jederzeit in der Lage, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Auch das hatte Ramah im Lauf der Zeit gelernt. Sich der Dummheit seines Bruders entgegenzustellen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Man versuchte ja auch nicht, den Regen abzustellen oder die Nacht am Dunkelwerden zu hindern. »Dirk«, knurrte Ramah also, wobei er sich mit der rechten Klaue die fette Nasenwurzel massierte und sich mit aller Macht zur Ruhe zwang. Dillinge hatte er nicht mehr, seit er sie bei einem ihrer Abenteuer eingebüßt hatte. »Ich möchte eigentlich nicht wissen, was sich ein Umbal wie du in seinem bisschen Trollhirn zusammengesponnen hat. Aber du wirst es mir trotzdem nicht ersparen, oder?« »Korr«, bestätigte Balbock strahlend, »weil du mein Bruder bist, sollst du es als Erster erfahren.« Ramah sah ihn müde aus seinen runden, eitrig-gelben Augen an. »Wie freundlich von dir«, sagte er, während er sich überlegte, ob er zum Sepparack greifen und Balbock ohne Federlesens erschlagen sollte oder ihn einfach in den Abgrund stoßen, der vor ihnen klaffte. Wie oft hatte er sich das schon überlegt, es allerdings nie getan. Warum, konnte er sich im Augenblick auch nicht erklären. »Nicht wahr?« Balbock grinste weiter und nickte. »Also, hör mir gut zu. Du wirst sterben, Ramah.« »Hä?« Ramah sah seinen Bruder argwöhnisch von der Seite an. Sollte er Balbock etwa unterschätzt haben? Plante dieses lange Elend womöglich, ihn zu beseitigen und sich zum Alleinherrscher über die Insel auszurufen? Hatte er ihn nur aus diesem Grund auf diesen Berggipfel geschleppt? Um ihn mit dem Sepparack zu erschlagen? Oder ihn gar in den Abgrund zu stürzen, der vor ihnen klaffte? Alles in Ramah wappnete sich für einen kurzen, heftigen Kampf. »Du und ich, wir werden nicht ewig leben«, bestätigte Balbock mit einem eifrigen Nicken, wobei er versonnen den Blick über das in Dämmerung versinkende Tal zu ihren Füßen schweifen ließ. »Irgendwann werden wir beide in Kuruls dunkle Grube sinken. Wer soll dann unser Königreich regieren?« »Ach so«, Ramahs Lungen pfiffen vor Erleichterung wie ein kaputter Blasebalk. Die hasserfüllte Bewunderung, die er für einen Moment für seinen Bruder empfunden hatte, schlug in die alte Verachtung um. »Hä? Du meinst das nur so im Allgemeinen?« »Tog, auch im Besonderen«, widersprach Balbock und hob belehrend einen Klauenfinger. »Wenn man tot ist, ist man nicht nur allgemein tot, sondern auch insbesondere. Da bin ich mir ganz sicher.« »Bist du das?« »Oh«, Balbock nickte wieder, »und weil das so ist, habe ich mir überlegt, dass es für uns an der Zeit wäre, sich nach einem Thronfolger umzusehen.« Ramah sah zweifelnd an ihm empor. »Du meinst nach jemandem, der die Krone trägt? Der seinen Assar auf unser, äh, auf meinen Thron setzt?« »Das ist es, was Thronfolger tun«, bestätigte Balbock in offenkundiger Begeisterung darüber, dass sein Bruder den Plan sofort erfasst hatte. »Bei den Menschen haben wir es oft gesehen. Da war zunächst König Corwin und dann kam...« »Erinnere mich nicht daran«, knurrte Ramah und machte eine fahrige Bewegung mit der hölzernen Klaue, die er am linken Arm trug. »Was die Milchgesichter treiben, hat mich noch nie interessiert. Warum sollte ich gerade jetzt eine Ausnahme machen?« »Weil es vernünftig ist«, erklärte Balbock. »Seit wann wissen Orks, was vernünftig ist? Unsere Sprache kennt eigentlich nicht mal ein Wort dafür. Das hast du aus der Sprache der Milchgesichter. »Überleg doch mal, Ramah«, entgegnete Balbock und hob die Finger, als wollte er etwas vorrechnen. Dass er zählen und an guten Tagen sogar rechnen konnte, hatte er schon wiederholt bewiesen. Ramah hingegen stand, wie jeder halbwegs unanständige Ork, mit Zahlen nicht weniger auf Kriegsfuß als mit Gnomen und Trollen. Zum Glück beließ es Balbock dann doch bei einfacher Mathematik. »Wir werden beide nicht jünger«, erklärte er kategorisch. »Aber wir altern sehr viel langsamer als der Rest der Welt. «, konterte Ramah trotzig. »Schließlich ist dieses einsame Eiland von irgendeinem faulen Elfenzauber durchdrungen, der dafür sorgt, dass die Zeit hier langsamer verstreicht als anderswo. Oder hat ein eingeschrumpeltes Trolle und das schon wieder vergessen? »Wir werden noch fröhlich Blutbier saufen, wenn alle, die wir jemals kannten, längst Geschichte sind.« »Aber irgendwann«, widersprach Balbock mit der ihm eigenen Beharrlichkeit, »wird es soweit sein. Denk doch nur mal, wie lange du gebraucht hast, um auf diesen Berg zu kommen.« »Was soll das nun wieder heißen?« »Du bist fett geworden.« »Und, Fauck«, fauchte Ramah, »fett war ich schon immer. Ich bin allenfalls ein wenig stärker geworden.« »Kurul sieht dir schon über die Schulter«, war Balbock überzeugt. »So ein Schmarrn!« Ramah schlang die kurzen, aber starken Arme um seinen ungeheuren Bauch. »Dieser Körper«, erklärte er, »ist kein Anzeichen des nahen Todes, sondern blühenden Lebens. Jedes einzelne Pfund davon habe ich mir im Schweiße meines grünen Angesichts erarbeitet, mit Bottichen von Brumill und Fässern von Blutbier. Soll ich etwa zum Lusirg werden?« »Dog, natürlich nicht!« Voller Entsetzen schüttelte Balbock den Kopf. Die Vorstellung einer fleischlosen Ernährung jagte auch ihm eisige Schauder über den schmalen Rücken. »Aber wir sollten Vorkehrungen treffen für den Tag, an dem der letzte Krug Blutbier getrunken und der letzte Löffel Brumill gefuttert ist,« erklärte er und konnte nicht verhindern, »dass ihm beim Gedanken an den traditionellen orkischen Eintopf das Wasser im Mund zusammenlief.« »Hm«, machte Rama nur. Natürlich redete sein Bruder ausgemachten Blödsinn, aber wie so oft, wenn er solchen Unfug von sich gab, blieb etwas davon in Ramas messerscharfem Verstand hängen und setzte sich fest. Wie ein winziger Zwerg, der sinnlos, aber beharrlich auf einem ebenso winzigen Amboss hämmerte und einem damit Kopfschmerzen verursachte, die man nicht mehr loswurde, bis man sich endlich darauf einließ, ernsthaft über den Blödsinn nachzudenken. »Hast du mich deshalb gezwungen, diesen elenden Gipfel zu erklimmen?«, wollte Rama wissen. »Um mir das zu sagen, äh, was meinst du mit Erklümmen?« Balbock sah sich nach den Trägern um, die in einiger Entfernung im Gras lagen, von Erschöpfung niedergestreckt. Streng genommen hatte nur er den Berggipfel selbst bestiegen. Rama hatte sich in seiner Sänfte tragen lassen, zum Leidwesen ihrer Diener. »Außerdem war es Zeit für unseren Zug durch das Königreich,« fügte er hinzu. »Umball«, fuhr Rama ihn an, »den machen wir doch nur einmal im Jahr, wie jeder weiß.« »Kur«, Balbock nickte. Halb überrascht, halb erschrocken sah Rama ihn an. »Äh, soll das etwa heißen, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist?« »Kur«, Rama stieß eine Verwünschung aus. Die Zeit verging tatsächlich wie im Flug, Mond für Mond, Jahr für Jahr. Man merkte kaum, wie man alterte. Und plötzlich kam ihm ein Gedanke, der so unangenehm war, dass sich seine Nackenborsten sträubten. War es im Bereich des Möglichen, und wäre es noch so unwahrscheinlich, dass sein dämlicher Bruder ausnahmsweise einmal Recht hatte mit dem, was er sagte? »Nehmen wir nur mal an, ich würde auf deinen geistigen Dünnpfiff hören, und wir würden tatsächlich einen Thronfolger suchen. Wie sollten wir das denn anstellen bei all den bescheuerten Umballhai, von denen wir hier auf unserer Insel umgeben sind?« »Äh, sie heißen Untertanen«, verbesserte Balbock. »Komm hier nicht mit Haarspaltereien. Wie sollen wir es anstellen? Hast du darüber auch schon nachgedacht?« »Und ob?« Balbock nickte. »Das habe ich befürchtet.« Ramar rollte mit den gelben Augen. »Und?« »Wir könnten einen Wettkampf veranstalten,« schlug Balbock vor und breitete die langen Arme aus, als wäre es die naheliegendste Idee der Welt. »Wer es schafft, gegen uns beide zu bestehen, der soll unser Nachfolger sein.« Ramar knurrte. Schon wieder ein Vorschlag, der durchaus brauchbar war, wenn das mal nicht zur Gewohnheit wurde. Allerdings konnte er sich nicht vorstellen, dass unter all den grünhäutigen, spitzohrigen Idioten auf der Insel auch nur ein einziger dabei war, dessen Assar breit genug sein würde, um auf seinen Thron zu passen. Oder vielleicht wollte er auch nur nicht davon lassen. »Kreok, das reicht,« erklärte er schnaubend. »Ich habe mir deinen Mist jetzt lange genug angehört. Die Könige über diese Insel sind wir und niemand sonst, und dabei bleibt es auch.« »Aber Ramar...« »Ramar, der schrecklich Rasende, hat gesprochen,« untermauerte Ramar seine Worte. »Wenn Kurul wollte, dass wir uns um unsere Nachfolge kümmern, hätte er uns sicher ein Zeichen geschickt und seine Keule fallen lassen, oder?« In diesem Moment erklang ein krachendes Geräusch. Donner, der so laut und heftig war, dass es Ramar beinahe von dem kurzen Beinen riss. Gleichzeitig erhellte ein blitzartiges Leuchten die düster zusammengeballten Wolken über der Insel. Und im nächsten Augenblick stürzte etwas daraus hervor. Es war länglich und fiel beinahe senkrecht zu Boden, wobei es einen langen Glutschweif hinter sich herzog. »Och, Kuruls Keule!« meinte Balbock. »Frisch aus der Esse!« Gebannt beobachteten sie, wie das Ding niederging und wie eine gewaltige Faust in das Tal zu ihren Füßen einschlug. Die Erschütterung war deutlich zu spüren. Asche, Staub und Rauch stiegen auf, und im nächsten Moment brach ein wahrer Sturm los, ein heißer Wind, der den beiden Orks entgegenblies, an ihren Rüstungen zerrte und Ramars Faltasch auf seinem klobigen Schädel wie ein Banner flattern ließ. Die Brüder standen wie angewurzelt, während eine Wand aus Ruß und Schwärze auf sie zuraste und sie im nächsten Moment einhüllte, sodass es schlagartig stockdunkel wurde. »Schnörsch«, sagte Rammer in die Finsternis. Sie hörten »Die Welt der Orks« von Michael Peinkofer, gelesen von Johannes Steck, ein Hörbuch des Argon Verlags. »Dieser«, sagte Rammer in die Finsternis. »EinHAM Steck, ein Hörbuch. »Üstung 15, 20, 20, 20, 20, 21, 20eras demz Jayne. »Die Welt der Orks-Junden-ёмste Wohlter,